Leute, was gab heute mit meinem Kanal am Start? Ihr wollt Part 2 sehen. Hier ist er. Und ja. Wir fangen mal an mit dem Fettsack hier. Wer kaufst du? Ich. Schaut euch mal an, wie viel er kaufen will. Schaut euch das mal an. Das sind die Spiele von Wolfs. Ah, okay. Das sind deine Spiele, sorry. Der 80 ist schon mal kaputt, ja. Ximenez ist auf jeden Fall super gut. Ich weiß nicht, warum er 80. Jota muss 99 sein. Ximenez 100. Ähm, ja. Ähm, ja. Ich weiss nicht jetzt, was er da macht, aber, ähm, ja. Ähm, spielst du jetzt Match? Ähm, weiss ich noch nicht. Ja. Du liebst Match? Ja, ja, dann spiel. Wir sind auf jeden Fall, Tabelle, ersten Platz. Das ist auf jeden Fall keine Lüge. Das ist auf jeden Fall keine Lüge. Hier. A und B. Ho. Hier. Kulö, zeig mal deine Schwester. Hier. Ähm. 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 Ich glaube, wir sind immer den 20. Also, wahrscheinlich letzter Platz. Ähm. Hier muss ich bleiben. Wir sind noch nicht hier. Okay. Ähm. Kannst du jetzt endlich mal, ähm, Matchspielen? Meine Fans wollen das sehen. Okay. Okay, wir spielen jetzt gegen Mainz. Mainz 05. Hier. So. Okay. Und. Ja. Hier macht er schnell Training. Bla, 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 kalakala. Er macht halber Ball. Er macht Training. Penalty. Schaut hier. Triffst du? Triffst du? Nein. Also, der Goalie von Meier ist. F, C, V, Mainz 05. Ist auf jeden Fall sehr gut. Das sagst du schon mal jetzt. Kannst du jetzt mal Match spielen? Ja. Ja. Wollen wir spielen? Er spielt jetzt auf jeden Fall noch ein Match. Wenn ihr das sehen wollt, hier. So. 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 Ihr könnt es jetzt sehen. Also. Er ist auf jeden Fall gelb. Ähm. Eine Chance für ihn. Ähm. sind mit einem 1-0 Ferin. 1-0 Ferin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe fast gut gemacht. Ich habe fast gut gemacht. Also jetzt ist es auf jeden Fall 1-1. Hier der Dumme tanzt jetzt noch. Er macht auf jeden Fall für diese Trance. Der Dumme hier! Ich habe fast gut gemacht. 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 Und liked, wenn ich habe fast gut gemacht. Ich habe fast gut gemacht. Ich habe fast gut gemacht. Und schreibt es mal in die Kommentare, wer gewinnen soll. Wolves oder Mainz von 05? Schreibt es mal in die Kommentare, liked meinen Kanal und abonniert Geraray. und ja, sie werden uns in Part 3. Tschüss!